Ja gut, ich wüsste es, die sind dran. Haben wir ein Band frei, ja. Lass ihn mir. Gut, Hälfte, lass ihn mir dran. Vielleicht mir, vielleicht mir ist ein Troll-Pick. Wai. Hast du den? Ja, Wai. Wai ist in Ordnung. Na, dein Ernst? Ich bin dafür, dass wir anders als nicht immer ab jetzt einlädt. Wer ist noch dafür? Ich. Also, die zwei Lappen, die immer zu spät kommen. Na, was? Ich bin dafür, dass Gregor als erstes einlädt. Ja, genau, damit ich immer erst mal Jinx picke und dann immer Sie oder so gegen mich kriege. Ist auch egal. Das wird mir ja nicht häufig genug. Kyuki, Renekton. Oh man, ich picke jetzt fürs Beginn. Ich muss, top, also. Ähm, Elko, hast du einen Preferred Support, den ich dir picken kann? Nautilus kannst du mir nehmen. Hab ich nicht. Das ist schön. Ähm, Marco? Polo. Ich hab 20 Champs sogar. Chagas. Hat er nicht, oder? Oh mein Gott. Oh, hat er. Ich hab nur ein paar, also. Also, ich kämpfe, dass ich keinen Bock hab, sowas wie Rammus. Oder Galio, der Ding. Galio, der Ding. Ich hab zehn volle Reihen voll. Ich hab acht oder neun volle Reihen. Ich hab acht oder neun volle Reihen. Ähm. Chagas. 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 Also, ich hätte Wain top spielen müssen. Chagas. 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 ريck. Chagas. Chagas. Ja, Timo, okay. Timo-Following, würde ich mal sagen. Nee, 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 der wirkt nicht wie der Timo. Sonst darf ich nachhören. Ovi, ich hab Kragas mitlehn, Ovi, nice. Du willst Kassio-Jungle haben? Warte, was gehst du denn, Jungle? Alle nehmen Ignite, würde ich mal sagen. Also, ich hab mir überlegt, ich würd gern Kragas mitlehn. Ich würde gerne spielen. Das heißt, mach was du willst, ich würd jetzt Kragas mitlehn. Report? Ah, da ist der Troll wieder. Nee. Äh, Ori. Ich sag ja nur Chaco, bitte. Ah, nein, nicht Lee. What the f- Ah, schade. Was ist daran schlimm, der ist im Late Game? Nein, Ori und Lee ist eine gute Kombo. Find ich gar nicht. Oh, willst du ihn anders haben? Na gut, Lee kann halt richtig gut reindiven, ne? Mit dem Ball drauf. Soll ich Oriana oder Yasuo, dass du der Cassiopeia spielst? Hm. Und Yasuo. Wir haben so viele Knock-Ups. Glaubst du? So viele Knock-Ups? Äh, Kragas, Säcke, reicht doch. Und ich mit meinen Stans. Haben wir keinen AP-Logischer Outdoor? Äh, ich find Cassio eigentlich auch besser. Ja, krieg mir ja. Jetzt verkackt er mit Yasuo. Mann, ist ja so ne schöne Kombo gewesen mit Cassio, äh, Kennen. Dich, Yasuo-Jungle, was willst du tauschen? Äh, du hast abgelehnt, jetzt kann ich nicht mehr mit dir tauschen. Ja, ja, ja. Ich auch nicht. Ups. Der jetzt abgelehnt ist. Oh nein. Ich kann einfach mit niemandem tauschen. Ich auch nicht. Keine Hand. Alter, du hast keinen Yasuo. Ich hab keinen der Champions League gehabt. Ich kann auch irgendwas, deswegen mit Gregor, mit dir nicht tauschen, mit Ken nicht tauschen. Hab ich Ken? Oh, Ankur, es kommt auch drauf an, ob wir die haben. Ja, aber Gragas sollte man dieser Meta zurzeit haben. Ne, ich spiel sowieso keinen Gragas von euer. Ich spiel ja nicht von Jungle, also. Ihr könnt auch streamen, damit Max schneller zufangen kann, aber ich glaub, wenn er alle lenkt, besser. Dann zieh sie nicht so hart nicht. Oh, sorry. Dann fällt's nicht so sehr auf. Ja, dann fällt's nicht so sehr. Oh Gott, wir spielen gegen den königlichen Thunfisch. Echt? Royal Thuner. Ja, aber ich dachte, er hat... Ich hab wieder keinen Skin, entweder, immer hat einer... Das wär, das wär 10er-Kombo. Ich hab wieder Asus-Skin. Das wär ne 10er-Kombo. Was? 10er-Kombo? Dann hätten alle 10 mal einen Skin. Alles gut. Kriegt man da nicht irgendeine IP? Äh, Idrit? Ja, ich kann da ein Gefühl, dass mir dann... an die Porten... Äh, äh. Äh, äh. Muss man das extra weh? Alter, das gibt's nicht. Meine Mutter kommt in mein Zimmer, zeigt mir den Muffin und Leute, die da raus, sagt, ja, wenn ich welche will, soll ich in die Küche kommen. Hey, wir sollen nicht so viel Freiselaat. Konzentrieren uns jetzt und gibt's. Hm. Ich bin dafür mit Tower-Difeln, jetzt alle. Also, unser Name heißt immer noch Get Trinks bei Schoko. Da. Heißt ja nur, dass ich sie verfluchen soll. Nicht, dass ich, äh, sie dabei töte. Soll ich direkt mal in den W-Skill, dann kommt Oreal am Anfang gar kein... ...weichen. Papa. Dann könnt ihr damit irgendwie so eine 2-Farm oder so, die nein. Okay, die sind Silber 3, Gold 5, Unranked, Gold, äh, Silber 1, Silber 4. Find ich gut, jetzt sieht's mal so aus, als könnten wir spielen. Vielleicht. Was ist, was ist? Wir haben keinen Diamond-Mittel-Energie. Äh, wir werden nicht gekurpt. Außer vielleicht, äh, die MF, weil die grad anmengt ist. Ja, aber letzte Season. Ich kann jetzt nicht so... Laut einer Prophetellen beginnt der Weltkrieg 2018. Das heißt, wir haben noch 3 Jahre um Challenger gekommen. Oh mein Gott. Genau. Schaffen sind... Challenger. Ne, wir sollen nicht so viel machen. Ach, ich bin doch schon Bronze. Ey, Oriana miss. Raiden geht. Nope. Nein, die hat geholfen. Der 2-Farm-Faktor. War halt scheiße, wann hey. Ja, nimm doch. Hatte ich eigentlich nicht vorher gehabt, aber irgendwie war die Schlaganimation zu kurz, äh, zu langsam, meinig. Ich hab's schon gesehen, so. Boah, hä hä hä, er schlägt zu, er schlägt nicht zu, er schlägt zu, er schlägt zu, er schlägt zu, nicht zu. Ja, ich war selbst verwirrt. Die Oriana spielt echt nicht schlecht. Du siehst es falsch. Du spielst schon scheiße. Ah ja, ok, doch. Da haben wir noch zufalle, Stefano. Ja, ich war sehr gespannt. Und ja, jetzt im Rahmen. Egal, kann es wenigstens langgehen. Wir haben einfach im Jungle. Du hast den Stecken für den großen benutzt. Ich habe keinen Flash mehr. Ich habe einen Exhaust benutzt. Die ist hier verschwunden. Keine Worte. Worte sind Worte gesetzt? Indy hat dann 5 Worte gesetzt. War der voll live? Die sind? Weiß ich nicht genau. Ah, fuck. Ich habe auch nicht geflasht. Du hast auch geflasht? Du. Ich habe nicht geflasht, habe ich gesagt. Ja, der ist schief dabei. Wen haben die als Jungler? Lee. Also, Lea. Er hat sich weggeportet. Die P ist raus, top. Das heißt, den Dray könnten wir eigentlich machen. Wenn wir es darauf anlegen wollen, ja. Soll ich dir helfen? Nein. Ich kann gleich mal. Ich habe keine Ulti. Du hast auch... Ah, nee, ja. Ich habe halt nicht geflasht. Lee ist dort. Eine Frage soll ich... Ich mach mal... Kommt da, ich habe bestimmt wieder angeschossen, ne? Uriana ist out of mind. Ich hatte gerade ein hartes Standbild. Jetzt sind wir 30 Pfarrer. WTF, ich habe 27 Pfarrer. Alter. Top fehlt. Ja. Renekton nervt mich jeden. Das darf ich auch noch. Hm. Ja, der Gegner war mit Frostpick. Da ist ein Pinkwort, wenn ihr den klären wollt. Der Gegner hat Spiceway Red Buff angefangen. Ja, der ist ein Pinkwort, klar. Der Red Buff ist sehr gut. Der Gegner hat Spiceway Red Buff angefangen. Der ist ein Pinkwort, klar. Und wenn ihr hier nichts habt, wenn ihr hier nichts habt, was ich denken soll. Kann. Der Punkt ist weg. Ich glaube, es sind fast 20 Pfarr mehr als so. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Vielen Dank. Vielen Dank. Sopp purs auf die Waze. Bottling ist zurück. Könnten wir Brake machen. Oh, ja, das ist ne gute Idee. Ja, das ist Brake. Push auf die Waze. Mach eine Waze, dass ich zur Sicherheit herunter tippen kann. sobald marco bescheid sagt dass er auch anfangen will machen oder nicht das ist bei euch unten der ist bei euch unten vorsicht vorsicht hast du ein wort wenn ihr warte mal hier das war lie alter lauf mir doch an ich habe es gewartet gehen wir mal was gehen können eine frage wir sind durch kein wort gelaufen wenn die so wenn du sie hochwerfen kannst ist sie tot auch klaus die teil ist noch da zieh mich gleich zurück unten fähren wir da ja beide sie haben sich garantiert nicht zurückgezogen also wäre möglich haben die gemacht das ist noch die kennen wir nach dem kennen wir ziehen wir uns zurück wir können rein wir können rein eigentlich hey komm mal ist da fehlt ja irgendwie okay what the fuck wie schnell hat er flasht wieder ja er hat geflasht okay gehst du zurück dann ja naja ich geh zurück ich hab 2700 gold über also und die sind es hier unten die sind es hier verschwunden okay man kann nicht ja und die hat behindert oder die wall einfach nur der mid lane gank die hat nirgends gewordet das war für die bush gerade auch nicht nach morath halt die hat schon dreimal ihre q durch meine roar gepackt na cool ist kein single target hier ist kein projekt hier hier ist kein projekt hier hier ist kein projekt hier das ist ein gebilder das hat möglich dass die grad beim drachen ist ne ich ulti er hat kein ulti mehr der globale ist gerade am drachen aber oh komm schon habt sie oh alter oh fuck von drag haben sie auch gemacht weg 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 was machst du marco war gar nicht work marco das war nicht work wieso ist mein scheiß out attack nicht raus ich hab sie geq egal egal das war nicht tschuld 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 ich lass die nix mal einfach leben ist egal warte warte darfst du das direkt mit lenken ok sie hat ähm also miss fortune hat keine ulti mehr ich muss mich leider zurück ziehen ansonsten werde ich sterben ja will der dann der ist scheiße tanken ja ich hab's gemacht der ist schon längst weg oh ok haben sie hat keiner gesagt aber keiner weit reagieren ja ich hab's mitgekriegt als die oleaner ich konnte nur nicht hinrotieren naja 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 dinger schmock mit der zu ganken hast du voll allein die nein ich denk der tat ein bisschen lau ey den krieg ich mein marco das war die marco das nicht auf die reihe trifft die schmock ja null tier oh ich kann nicht geht oder ich wollte eigentlich wandern pass auf die dänken oleaner fehlen gewителей ist hab denn gewartet ne pass auf gregor pass auf ne naja keine saue sprg ich habe auch noch hier aber das hier könnte mich zurückziehen ich habe sie beide nicht bekommen Ich habe aus Versehen meine Q ausgemacht hast du nicht hinterher es ist so gefährlich Marco, die haben zu viel CC für dich, das weißt du, ne? Ja, aber im Teamfight haben wir mehr Ja klar, aber die haben gerade für ihn zu viel CC Es sind 3 Leute Ich weiß nicht ob Orianna eine Ulti hat, aber... Oh man, ich hätte meine Ulti nicht verfehlen dürfen, das war mega schlecht Der eine Typ ist da von Wall gejumped, aber... Ne, nimm du den Einfach jetzt weggehen, weil ich nicht weggekommen Der Orianna hat hier gewartet Hier irgendwo Übernacht und da auffassen Ah, ah, ah Pass auf, pass auf, geh weg, Orianna runter Ah, ok Mh, mh Ich habe in 10 Sekunden Ulti Für den Fall, dass ich irgendwo hinulten soll, sagt Bescheid Hier, 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 Orianna Ja, erst in 5 Sekunden Alter Einfach hier hin unten Er ist... schnell Hier irgendwo, hier, hier Habe ich schon Nice Ich habe sie den Kill extra gelassen, hättest du gesehen Willkommen Ah, brauchst... Da geht eh jetzt gleich weg, ja Ich komm von hinten, geh rein, geh rein, ich komm von hinten Orianna kommt Botlane, glaub ich Ja, mit Lee, mit Lee, mit Lee, Vorsicht Läuf Kommt Botlane Ach, die wollen ihn fahren, ok Pass auf, lass ihn einfach durch, lass ihn durch, lass ihn durch, lass ihn durch Ok, pass auf Komm von hinten Hier ist er, hier ist er, hier ist er Hat gewartet, hat gewartet Ok, Flash ist raus, lass ihn Okay, Flash ist raus, lass ihn Mit lane fehlt Mit lane fehlt Mit lane wieder back gegangen Lee Sin ist nicht mehr Botlane augenscheinlich, ja, wobei Miss Fortune ist wieder da Mit lane gank, die hat nichts mit Rana, 300 Lee Sin ist immer noch Botlane Äh, fünf Sekunden hab ich ulti ab, ja Mit lane Renekton kommt in die Mitte, aufpassen Ja, glaub ich auch Die Krabbe machen, weil Ward ist abgelaufen Wo rennst du hin? Ja, ich hab, ich wollte nicht, dass du zeitig Ich sag mit lane gank und du rennst Ja, nein, der Renekton kam mit lane, deswegen wollte ich nicht fighten Für Renekton hab ich gewarded, falls er gekommen wäre Er ist vermutlich gleich wieder ab Ja, ne Ne Hat jemand den Drake getimed? Ich hab's diesmal verpennt Ne, glaub ich noch nicht Ne, ne Oh, da ist jemand Botlane, da wurde gewarded Botlane, hier ist Lee Ja, ja Ich glaub, wir machen gleich wieder Drake, Daniel hast du GTA Deswegen sag ich das gerade Oh ja, sag wieder Oriana kommt auch Botlane, lass alle Bot von dir Zumindest Drake sollte gleich abstellen Ja, aber top Okay, top Toll, er fällt dann Ja, aber das ist nicht so wichtig Ja, die rotieren, der ist zu alle Ja, Drake ist ab Der hat keinen TP ab, oder? Ich glaub, das auch Wenn wir reingehen, dann kann ich auch rein Ja, lass rein, lass rein, lass rein Ich hab mich ja an dem Typen vorbei Aufpassen Hallo Nice one Hast du Habt ihr Renek dann? Oder Muss ich irgendwo hin? Geh weg, geh weg, geh weg Ja, ja Doch, geh weg Er macht damage, aufpassen Hat er damage gekauft? Oder ist er für ne normaler Connection? Ja, der hat brutalisierter gekauft Oder ist er für ne normaler Connection? Deshalb macht er ein bisschen damage Das ist Drake, oder? Okay, ja, ja Wir sind zu lau, wir sind zu lau Wir sind zu lau Das ist das Problem Ja, aber die Gegner auch Ja, aber die Gegner auch Ja, mach Drake, ich steh hier im Busch Mach einfach Drake Naja, ob du dich dann im Busch stellen solltest Das war die Frage Bist ein bisschen sehr lau Und die haben auf jeden Fall zwischen halt auf uns Ich geh weg und komm dann mit TP runter wieder Ja Nuri rotiert oben Nuri rotiert runter Komm mit dem Geht weg Geht weg Geht weg, ja Ja, gut Gut, dass das geklappt hat Er wird auch mal weg Er wird auch mal weg Oh ja, ich kriege eine Karte geklickt Sehr geil Er wird nicht stehen bleiben dürfen Nein, aber nicht Er ist auch mal eingeklickt Bleib dich hier, bleib dich hier Nein, nein, Marco, bleib mal hier Ja, ich wollte nur auf den Grump machen Oh oh Jo, hier ist er Ich kann nicht followen, ich bin nicht schnell, ne Wo kommt der Alistar her? Nicht Von hinten Alter Ich sag's doch, da ist er Ja, da ist er, ich weiß ja nicht wen Ja Außerdem, das wär egal, Alistar hat nicht geholfen, oder? Glaube nicht Er hatte schon ein Ulti raus, vor allem im Teamfight Auf jeden Fall, wieso auch immer nicht ulti, obwohl ich in der Luft war Hallo Alistar hat mich ein bisschen gesund im Teamfight, das war ärgerlich Vorsicht Gregor, by the way Der hat kein Pulverisieren, oder wie auch immer der sagt Dann machst du an ihm kein Damage und der hat ungefähr einen BF Ähm, pass auf, mit Lane, aufpassen, gerne Ja Lass ihn da einfach stecken Geht wieder ein bisschen auf die Lanes, weil ich will jetzt eigentlich in die Gebiete für Orienne nicht so gut reiten Fängt mit Sonya's an, auf jeden Fall Leute, what the fuck hab ich für Lags? Ich drücke auf den Busch, ziehe meine Maus wieder hoch und plötzlich ähm kommt dieser blaue Orb da oben Topfield Ich muss an Kennen, aber ich will trotzdem back Hm Oder soll ich hierbleiben? Wie du denkst? Mhm Geh weg Kennen Minion Schau mal, geh, 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 geh Komm Kannst du den kennen? Ja Ja Ich versuch's auch Komm Gali Gali Geh, Oriana und die Ich hab Ulti Großerchen Geh weg, komm von oben, geh von oben weg Pack auf die Farbe Geh einfach weg, Oriana kommt Ich hab mich im Journal überhalten Ich weiß glaub nicht Drei Midlane Drei Midlane Drei Midlane, I'm Ding Ähm Daniel, kommst du mit? Wollen grad unbedingt Botline einreißen Boah, was macht der da? Wir haben Botline Ich brauch den Ich brauch den Ah, ich komm Drei Botlane ist da und kann man Ja Komm von hinten, komm von hinten Nicht von da, ich hab doch grad geguckt Alter, die können doch eh nichts Wir haben eh keinen Ich hab keinen Haar, ich sitze ich da, 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 da kommt euer Oh, ne Lass du Botlane gemeinsam gehen und einfach so Dann alleine Botlane daffen Aber pass auf, dass du nicht, wir brauchen, ich halt den Team für die Ja, ja Drei Sme Board, aber nicht Wo den Acton müsste top gehen jetzt Drei Sme Pushen Jetzt immer noch Oh, Marco, was tust du da? Drei Sme Board, Drei Sme Board Aufpassen Verlebst das Marco? Hälften Alle, alle Lee Ich hab ein Notfallziel, aber muss ich nicht usen Lee, irgendwo hier Wir können eigentlich fighten, wir sind 4 gegen 5 Alter, dieser Damage ist so geil Ich würd jetzt nicht, Jakob Wenn du die Stunt kannst Du musst dich mit Ulti rein, Jakob Jaaa Für Ulti? Hm, ich hab Ulti, aber das tötet sie nicht Renekton geht runter Renekton kommt Rein, 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 rein Reisen weg, ok, nice Ach, der ist so schnell Wohm, Alter, wie schon Ja, Ulti Nautilus, denkst du Nein, lass das, lass das Kein Tower Dive, lass das Die sind Zu viele Bissin und Oriana haben keine Ulti Ja, ich hotze nicht, Wolf, lass das Alter, geht Bitte einreisen Reis mit einer Du solltest nicht die, ähm, Nachhut bilden Du solltest nicht die, ähm, Nachhut bilden Abfangen bist du tot Äh, ich geh top lane davon Ok, dann geh ich weg Ich hol mir Red Buff, ja Ja Also Frage an Marco Ja, kannst du machen Ja, kannst du machen Oh, noch 200 Volt, dann hab ich grad die Ulti Ich hab ja noch Keine Ulti Sag nichts, nur einfach Bescheid, wenn du Ultis, äh, Marco, weil Gefällt es einfach Ja, wenn ich die Ulti anmache, keine Kragas-Ulti noch rein, sonst krieg die nicht mehr in die Range rein Geh weg Ich hab mein Lee ist Ok, ich hab'n, äh... Hey, Greg Ja, Greg Ja, Greg in 20 Sekunden Rottieren, bitte Marco Weng ist leicht ab Davor noch einmal weggehen Ach, das ist super Marco, gehst davor bitte noch einmal weg Oh, hier ist Lee Marco, der ist in 6 Sekunden Und Lee ist schon da unten, also Beggehen, hingehen Marco, was machst du? Ich geh fort mich weg, ich hab'n, oder soll ich hinlaufen jetzt? Ja, äh Oh Geht mit rein, geht mit rein Nies, warum? Helf, Eilf Trages beim Blue, jetzt erstmal Trages beim Blue, weil der hat wenig ist Nee, ist hier irgendwo Ich hab' jetzt Mana Äh, Ori ist auch schon in unserem Hat kein Damage machen Pass auf, pass auf Ja, kr- Haben wir ein Pinkboard? Geht einer top Und ist da oben? Ja. Macht wer drin. Autotech. Ich konnte nicht smiten. Das war auf einmal zack. Bürst. Tot. Was war das? Oh, Alter. Wie so ulti. Ah, fuck. Da hab ich falsch gefokust. Warum? Das ist ein ADC. Okay, das war nicht gut. Er lebt noch. Hier kommt eine Toplane-Deffen. Wo hast du weg tippelt? Er stand ungefähr hier. Die hat Ulti und so weiter raus. Ich hol Dornponzer. Bitte tippe dich nächstes Mal nicht auf die Welt. Auch wenn der Power fehlt. Wir waren kurz davor 4 gegen 5. Wir hätten das gewonnen. Ich hätte einfach die Miss Fortune angreifen sollen. Anstatt auf den Kill zu greeden. Ursprünglich standen halt zwei Leute aufeinander. Deswegen hätte sich das gelohnt. Aber da du den einen sowieso gewonnen hittet hast. War das ziemlich dumm von mir. Ja. Ich mach jetzt ein Bluver. Und dann... Hm. Den wollten sie nicht ins Ziel kommen. Ja, pass auf. Push die Wave raus. Wir haben alle 10 Red Buffs. Wir sind 450 voll. Ja klar. Wo sind die jetzt schon? Wo sind die jetzt schon? Wir sind halt Oriana und Ding sofort draußen. Der ist eigentlich auf die Idee mit dem Pink Ward gekommen. Ich. Weil du hättest stattdessen auch das Pink Ward beim Break placen können. Ja, ne. Die hatten vorhin ein Ding. Da hat Oriana die ganze Zeit die Qs raus reingehauen. Ich hab nicht gewonnen. Die ganze Zeit. Haben wir uns gesehen. Wir brauchen nochmal einen Tower. Problem auf. Huren wir mal mit den Tower. Wenn sie steht, ist sie toll. Ich noch einmal bei der Schule. Mit der Tower ist auf der Wand. Lauf, pass auf. Vorsicht. Ja, hier kommen alle. Weg, geht weg. Ah, Markus. Geht einfach weg. Einer stirbt, reicht. Okay, nein. Alles weg. Hä? Ich sterb doch nicht. Du kennst doch meine Taktik. Du weißt doch, du kennst doch meine Taktik. Passt krippieren und dann noch irgendwie wegladen. Einfach alle mitleihen. Alle mitleihen bleiben. Wenn die uns da sind. Ulti ist bei mir ready. Wenn die uns da sind. Einfach alle CS raus. Ich hab Flash und alles. Ja, ich hab Ulti und zwei. Ich hab Sonja ist auch fertig. Warte, lass mir den fahren, damit ich tue. Denken kann. Okay, ich hab Tür. Ja, die zieht sich. Okay, das Schild ist schon mal raus von denen. Marco ist da oben alleine, ne? Ähm, wo seid ihr? Hier oben. Du hättest ihn nicht aus meinem Dingens raushauen sollen. Aus meiner Falle raushauen sollen. Ja, alle ruhenden Hexen einfach, mein Gott. Ich hab noch keine Durchbringung. Ich kann gegen die noch nicht so mega viel machen. Marco lauf weg. Lauf weg. Lauf weg. Lohnt sich nicht. Ruiz in the dungeon chaotische Fights. Ja. Ja. Du musst nicht bei uns stehen. Wir waren zu viert oben. Ich hab Sektor gespielt. Zu viert. Ich war noch niemals alleine in der Mitte gewesen. Ja, weil... Die zwei, ähm, Chang auf einmal waren. Keine Ahnung. Bleibt alle, bleibt alle. Ja, ich wollte eigentlich nur meinen Vieh smiten, damit ich mich heile. Na komm, jump rein. Die... Marco, bleibst du bitte bei uns. Ich bin sofort da, ich hab meine Ehr. Und Ulti. Hast du Ulti? Ja, hat er gerade gesagt. Ja. Lass mich in der Fall. Danke. Okay, ich bin weg. Wollat. Mach dein Red, glaube du. Ja, das lohnt sich nicht, wenn ich weggehe. Wir müssen aufpassen. Nicht fighten, nicht fighten. Für mehr Red Buff, ja. Ja, ja. Ja, ja. Doch, pass auf. Geh weg. Marco. Ich darf nur ihn von seinem... Ja. Wohl, warte mal. Äh, der Renekton könnte von oben kommen. Ja. Warte mal, nachdem ich weggegangen bin. Marco, ich hab schreit gesagt, du wirst sterben. Nachdem ich dir gesagt hab, dass Renekton vielleicht von oben kommt. Ja, ich dachte, du wärst zumindest hier unten beim... Ja. Guck mal. Einfach alle mittler im Tower und werfen. Was machst du? Hätt doch einfach mittler im Tower, Marco. Ja, entschuldige. Das war schlecht von mir. My bad. Hm? Ich bin ja noch von irgendjemandem angeschrieben. Was war das? Äh, break in einer Minute. Okay, ich lebe wieder. Ich geh weg, ich hab 2,1. Halt mich denn jetzt die ganze Zeit an! Wir müssen einfach so weiter dessen, weil so kriegen wir einfach eigentlich... Weil wir haben ein Spielstreiteres late damals. Ja, ach nee. Lee fällt total ab. Renekton fällt total ab. Ja, wenn ihr Solo reingeht, dann nützt es auch uns nichts ins late day. Wir gehen ja nicht Solo reingehen. Ja, aber schon wieder in der Reihe. Als einfach mal ein Tower macht hier immer die Gam... Ich brauch die... Ich brauch die Wölfe, dann kann ich back gehen. Gamster mit Lee. Wie konnte man... Ja, du weißt, dass ich auch kein Geld habe. Ja, das ist jetzt ein komplettes Riesenschwert. Oh, die Barons. Barons ist nicht gewartet. Glaubst du das, kannst du Barons warten? Hmmm... Bei der Längheit. Wir machen nicht. Einfach Dragen und Barons warten. Haben. Und die Schwarz hab ich aber auch nicht. Ach so. Ich hab leider keine... Ich hab's kurz Dragen warten. Ja, egal. Dragen, ich hab' egal. Dragen ist erst in 10 Sekunden. Ja, ich hab' ja meine Stählinge. Der war einfach das. Dann müssen wir auch mal in der Nähe von Dragen bleiben, oder? Wenn der da gerade spawnt. Ja, kommst du, kommst du, kommst du. Äh, den Daniel, Daniel. Die TP ist eh über die, also wenn man gegen eine Ward oder sowas hinsetzen kann. Ähm, mein Smile ist ja schon 20 Sekunden wieder ab. Äh, die haben wir einen Break. Haben die noch gar nicht gemacht, der ist gerade gespawnt. Ne. Ja. Die Dargen hinsetzen, ne, komm ich nicht ran. Warte. Die Piche ran. Ja, die Piche ran. Die machen den jetzt aber. Ich mach' hier hin. Auf. Rein, rein, rein. Was? Ich ulte und in der Zeit werd' ich von Ding weggehalten. Oh, tot. Oh, wär's nicht verarscht. Komm schon noch ein Auto-Tag. Ja. Alter, macht's deinen Schauen. Weg. Ja. Auch hab' ich nicht gesehen. Ja. Loi, wieso hab' ich die fucking Dingens an? Nein, deine Auto-Tag. Okay, ey. Sorry, ich hab's nicht gesehen. Ich dachte, die waren schon alle tot, aber... Puh, Loi. Mach' den, mach' den, wenn du schaffst. Ne, das schaffst du ja nicht, oder? Er hat keinen Lebensraub. Er hat keinen Lebensraub. Mach' wohl, mach' wohl, wenn du hast. Das blockt das noch, alles. Ja gut, dann schaff' das natürlich echt. Nice one. Ich stink's nicht. Good job. Okay, hier ist halt irgendeinen einzigen, oder? Ah, ne. Ich hab's nicht gesehen. Echt, sorry. Wieso ist jemand gemutet? Im Teamfight irgendwie ist es geschafft, jemanden zu muten. What the fuck? Puh. Pass auf, geh weg. Anni, geh weg. Alles da, überholt dich erst. Was will er alleine machen? Sein 50er Deck, der Mensch. Der hat 107 AD. Wow. Ja. Ich hab' Luthiers da. Jetzt. Ich hab' aber auch KDO'n den ganzen Tag verfolgt. Das heißt, ich hab' jetzt auch noch Live-Steam. Ja, ich hab' das gleiche Bild gedulden. Ich hab' während ich meine Ulti gemacht, hab' ich einfach Alistar genock-upped. In der Sekunde. Einfach so richtig zufällig genock-upped. Ja. Also, sie ist ja... Ich... Die stehen recht in Gruppen. Da ist mein Ulti perfekt. Wer hat ganze Zeit... Wer hat ganze Zeit Time-out? Unser Coach? Weiß nicht. Eigentlich, weil er retard ist. Der war Gruppe. Der Coach ist mit. Wir gehen in Richtung... Ja. Wir gehen in Richtung Botlane, ja. Das war mit. Wir müssen die einkillen. Wir müssen die auf jeden Fall... Die Ulti war richtig nice von Kragas. Einfach... Wenn die... Wenn kennen die... Wenn ich... Miss Fortune irgendwas sehe... Wieso geht der da rein, wenn ich da... Wegping? Ja, ist doch egal. Wir sind... Aufpassen. Schauf. Bisschen... Bisschen mehr, bitte. Schauf. Weil die haben... Die haben ihre Qs und alles. Wir müssen einfach die... Erst mehr... Stacking mit. Die einfach bisschen broken. Die... Boah, ich hab immer voll die Lecks. Leute, ich hab nicht... Nice. Kann dir noch... Könnt ihr einen nach... Oh, ich könnte nicht rein. Und... Boah... Stopp. Die Botlane, ich hab echt... Weißte, ich hab nicht gekrettet. Geh weg, Daniel. Daniel, einfach... Naja. Konnt einfach wieder... Oh, schade. Oh, knapp. Naja, es geht. Ich hatte halt Angst... Renekton zu treffen. Die sind hier verschwundene. Ich bin mir nicht sicher, ob die nicht... Barrel machen, aber ich glaub's doch nicht. Ne. Ne, ne, die jagen... Leif. Ja, da sind sie grad. Also, die machen grad Red Buff, by the way. Nice. Leif. Ja, sie machen grad Red Buff für dich. Ja, jetzt hab ich den Red Buff. Oh, leif, ich hab meinen Trank nicht reingehauen. Na gut. Was auch. Andi, weg, weg. Andi. Andi, ja. Ja, was wollen die machen? Junge, du sagst selber in Gruppe. Du gehst du da mal rein. Ey, Gregor ist mit bei ihm. Und ich bin auch nicht da. Ich hab kein Zorn. Der Chang ist nicht mal geworlen. Ich hab außerdem keinen Mana mehr. Ja, ich... Ich... Ich geh back, ich kaufe ein bisschen mehr. Ach, du hast auch den Draven Ward? Mhm. Aufpassen. Draven wacht über diese Lade. Ja... Kennen. Kennen von hinten. Einfach hier nochmal warden, bitte. Trotzabberungen überholen, sollen die der Mario-Pferd gewesen. Die sind das alle mitnehmen. Ja, bei Nächstem. Ich hab Ulti, aber kein Flash muss gehen. Ich hab in 10 Sekunden Ulti. auf auf mf ich bin noch nicht da noch gebackt alter dieser beherrscht wenn ich dann wenn ich dann wenn ich den pust mit oder waren dittlern schoss oder 1300 schaden und 684 AP Andi, weg Alter, mach der Schau, Renekton kommt entlang Ja gut, wollen wir nicht Oder wollen wir Renekton machen? Yes, der macht Damage, aufpassen Ich hab zwar mega viel Lifestyle Ich würd mich an dem sogar heilen Nice Oh, Alter, was Obwohl ich Magic Riss, das doch du Come back Er hat Last Whisper Ist jetzt ein bisschen notwendig Ja, brauchen wir gegen die Warte, lass mich die Wölfe Sorry Brauchst den Gorn Ich brauch irgendwie Geld Überhaupt, ja Okay, ich hab grad meine ULTU auf Level 3 Okay, aufpassen Warte mal irgendwie Trägen das Hm Ich hab keinen Schlitz für mich 1200 Gold und ich hab den Hier ist ein Wort Rory, rennt hier rum Einfach weggehen und zusammen wieder fighten Ich bin da Ich bin gleich Ich bin gleich Wenn ihr zu vier in der Lane Däffen könnt, während ich eine Splitpush Aber ich weiß nicht, ob das klappt, weil ich mach damage Ich bin die Ja, so mit Lane Ja, so Drake Ja, so Drake Ja, so Drake Los Anni Geht weg Ja Ja Komm, ich komm, pass auf, pass auf, warte auf mich Warte auf Hat er gerade seine ULTU angemacht, oder was war das? Nö War sein, ähm, Heel ab Ich bin gleich nicht fighten da Vorsicht Vor dem Spaß Ah Anschluten Ah, ich hab's Komm grad nicht rein, das ist nicht gut für uns Ich hab sie rausgenommen Nice one, die sind alle schuld Alter, schön Schön gemacht, Jungs Ich bin einfach die Flash zu der Missbrücken Okay, lass mich einfach mit Lane durchpushen Wo Schmittlein Nicht, nicht Tower Difen, nicht Tower Difen, lass ihn einfach umleben Mach Dragon 2 Tower 2 Tower 2 Tower und Drake Nixer Tower, nixer Tower, natürlich, thanks Go Ich helfe Kragas Ich helfe Kragas dann Hm? Nix zu denen Wirklich? Oh, scheiß Okay, last Das heißt, Drakehammer Ähm Southdeaf Botlane Macht Luba Kein Supportanruhe Das heißt, wir könnten Barrel Abworn nehmen Ähm, wer pusht Botlane? Ah, ich push Ich push dann Also nicht pushen, aber halt rauspushen Was ist bei denen stärker, AP oder AD Schaden? Also von was muss ich mehr sagen? Oriana macht zu viel Kack Magischer Schaden Okay Ähm, deren Schaden, deren Renekton Ulti macht magischen Schaden Oriana macht magischen Schaden Ich hab ihn jetzt auch im DL geholt Alistar macht auch Ja, ja, bin ich auch grad bei Ach, hol ich mir einen Lastwurst Ey, wir eigentlich die gleichen Items Ja, natürlich Die Leute haben die genau gleichen Items Ne Schuhe hab ich mir eigentlich Reddorf ist da Ich bräuchte wieder Barren Warden Lars Oh, äh, Lars Jinx Ähm, Robert Karsen Ach, ich hab Angst Das dachte ich eben gerade ehrlich gesagt auch So nach dem Motto Wenn er den jetzt angreift, ist er weg He is awarded Ja Oh Keine Chance Vorsicht, Rego, da ist eine Oriana-Kugel Ich hab die Fee, aber ich seh kein Wort Ich hab die Oriana-Kugel entleden Komm einfach, lauf einfach Weil den TP kannst du noch gebrauchen Lass einfach wieder an unserem Tower Lass die bisschen, lass die pushen Lass die einfach voll durchpushen Wir poken die mit paar Ws von Jinx Paar Auto-Attacks Von Jinx, aber wir müssen aufpassen Jinx wieder defenden einfach Und wieder einfach Ding holen Ja, ich hab halt 14-2, wa? Ja, mit Du hast 300er Farm Ich hab 337 Farm Ich muss dir ja auch immer den Farm lassen Wenn du mitlane war Wenn wir alle gemeinsam mitlane waren, war Lass zusammen toplane Alle zusammen toplane Marco, bleib hinten Ein Stück Ich bleib bei dir am Arsch kleben Ja Ich find den Skin so geil Du könntest sogar in dem Busch stehen bleiben Ja, mit den Def Ja Ja, das ist nur einer Lass pushen Die Lass alle in die Mitte Ja, werdet nicht Andi Ja, was? Werden nicht alle top gehen sein Ja, okay Okay Voll engagieren auf Dingens Auf Marco Komm ran, ich komm ran, ich komm ran Nice Und tot Nein, die haben mich getötet gekriegt Wo ist der letzte? Ähm, war meine Ulti Kann ich nichts dafür Pushen, pushen Ja, passt schon Sollen wir finischen Ja Sozusagen scheiß auf Pentacle Wir haben jetzt gewonnen Und sozusagen Hab ich grad gut getankt Ja, ich weiß auch nicht Warum der geflasht hat Um dich zu ulten Ja, ich hab auch alles gestunt Noch Ey, ich bin extra noch geflasht Damit ich meine scheiß eh Und dann ist Oriana auf mich drauf geflasht Hängt nur ein Tower Weil ich an deren Backlight fahm Hängt nur ein Tower Gute Wand by the way Hat mich ziemlich gut, äh, protected Lauti los Äh Hängt nur ein Tower Müssen nicht zwei Tower tanken Habt ihr nur einen? Ja, aber du hast nur einen Oder Oder hättest du den anderen tanken können GG Good job, Leute Richtig nice, grad gefeitelt Good job, Marco GG Good job, Leute Hatte richtig War richtig spannend Late Game war mir eben eine stärkere Mehr Stance Ein Call of the Top War richtig geil Dadurch haben wir sie in der Mitte gebetet Ja, so scheiß ist einfach Early Mid Game passiert Hier Die fällt total ab Und